Okay, gehst du auf! Bist du Hunger? Bereit zu essen? Okay, fertig! Das Popcorn mit Buttergeschmack, ist das nicht normal? Ja, Digitation, während es wieder auf Toilette muss. Super. So ein Angebot-Monding, glaube ich. Müssen wir jetzt auch... Oh, die hat noch den Bau frei. Müssen wir jetzt auch noch Geld spenden? Wow, was für ein männlicher Schrei. Achso, warte, Fähigkeiten. Oh, geil, du kannst das. Alter, geil, du kannst das. Sehr nice, du kannst Kampf-Aura. Dann machst du noch das hier und das wird einfach nur so ein bisschen... so ein bisschen Blitz. Oder hier, machst du Heilig... Du machst Heilig-Schild, was? Machst du Heilig-Schild? Ja, du machst Heilig-Schild. Dann ist es also teuer. Egal. Was kannst du? Oh, du kannst den Blitz-Tornado. So, der eine hat Heilig-Schild. Ne, ja. Ausdauer und Geschwindigkeit ist schon mal ganz gut. Ein Wirbelsturm ist auch super. Wir haben leider keine sehr starken Lichttechniken. Ach, knacken. So, ähm... Ja, eigentlich auch Heilig-Schild, was? Mal gucken. Wir haben leider nicht so starke Licht. Ich will mal ganz kurz nach Opfanimon, äh... gehen. Und zwar hier. Da haben wir noch nicht. Ich glaube, sie war im dritten Stock, oder? Ich bin mir echt nicht sicher. Was, wenn ich mein nächstes Mal... Was denn? Mann, ich wollte zum zweiten Stock. Verdammt. Ich kann... Ich kann mit Fahrstühlen nicht um. Sie sind einfach zu hohe Technik. So, du... Wenn Feuer- und Heilig-Fähigkeiten... Welche Art von Fähigkeiten möchtest du lernen? Heilig? Wie teuer bist du? Ich verstehe. Okay, ich werde dir die Fähigkeit... Urteil beibringen. Das kostet 50.000. Geht auch in Ordnung. Warum haben wir kein Geld? Was? So viel habe ich nicht. Echt? Einfach so per Zufall? Ah gut, aber dann kriegen wir ja nur das... Das Ei. Das Ei. Denn dann müsste ich ja auch irgendwie so per Zufall... Welches Digimon ich denn so da rausbekomme. Weil die haben ja so viele verschiedene Formen. Da kann ich mir das ja immer noch aussuchen. Ich bin schon so drauf und dran, das irgendwie zu versuchen, dass wir jetzt den Endgegner angreifen. Aber ich habe so Schiss vor denen. Ja, zeitlich schaffen wir das glaube ich noch. Ich denke mal. Ich weiß nicht. Sollen wir das versuchen? Ich will nicht schon wieder sterben. Ich will nicht schon wieder sterben. Sterben wäre jetzt eigentlich nicht in meiner Option. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir trainieren noch ein bisschen. Wir trainieren noch ein ganz kleines bisschen. Und dann gehen wir ran, wa? Und dann gehen wir ran da. Ich finde das komisch, dass ihr alle Werbung bekommt. Wir machen nochmal, dass wir 40.000 TP haben und dann glaube ich... Ich glaube dann versuchen wir es, oder? Dann versuchen wir es. Wie gesagt, die Exit zwischen den beiden ist ja super. Die Digitation zwischen den beiden. Das wird ja Imperialdramon, äh Paladin Mod. Das ist ja schon mal ganz cool. Jetzt können sie auch wieder essen, was sie wollen, ne? Ist auch gut. Und dann gucken wir da gleich nochmal hin. Na, über die Zeit kann ich heute eigentlich gar nicht so doll machen, weil ich morgen ganz früh, äh, losen muss. Äh, hoch zu meinen Eltern wegen, naja, ihr wisst ja, ne? Und Hund und so, ne? Ich brauch da ja nicht mehr sagen. Deswegen kann ich heute gar nicht so lange machen. Warum sind sie jetzt schon wieder K.O. Mann, ihr seid doofe Digimons, ihr seid immer K.O. Ich dachte, ihr seid Engel, irgendwie heilig oder so, aber irgendwie seid ihr ja im Pfeifen. Pfeifendeckel. Pfeifendeckel. Pfeifischer Deckel. Einmal ganz kurz ausruhen und dann kriegt ihr was, äh, zu essen. Ansonsten hätte ich ja heute gerne länger gemacht, weil es war ja auch eigentlich versprochen. Aber, naja, es ist halt, ist halt so wie es ist und deswegen leider nicht. Aber Montag spielen wir dann wieder. Und wenn der Freitag fällt aus, weil Gamescon, da bin ich nicht da. Also der nächste, nächste Freitag kann ich schon mal sagen, der fällt dann sowieso aus. Und dann, ja. Aber das sag ich dann auch nochmal Montag. Wenn wir denn Kingdom Hearts leider hier wohl auch wohl auf Twitch spielen müssen. Boah. Aber was willst du machen? Man muss halt nur mal outsourcen. YouTube will das ja so, dass man outsourcet. Jetzt wollen die die ganze Zeit nur essen, die Dinger. Oh, jetzt wollen die schon wieder nur die ganze Zeit essen. Yeah, 40.000. So, am nächsten Tag, wir versuchen es am nächsten Tag, wirklich. Jetzt zieht's knallhart durch. Ich hab das Gefühl, dass wir es schaffen. So, einmal, einmal geh ich noch auf TP. Ja, an mir liegt's bestimmt nicht. Haha. Na gut, ich weiß es nicht hier bei Twitch. Bei Twitch, wie gesagt, bin ich noch total... ...total neu und weiß nicht von so viel. Aber wenn wir jetzt hier wirklich erstmal gezwungen sind, öfter zu bleiben, dann werde ich mich auch noch ein bisschen... ...auch, dass der Chat wieder drin ist im Video und alles. Und dann werde ich mich ein bisschen darum kümmern, dass das ein bisschen... ...ein bisschen angenehmer alles wird, so. So, daneben. Hat aber gelangt, der hat 40.000. Machen wir das versuchen? Ich hab so Angst. Ich hab so Angst, das zu versuchen. Äh. Okay. Ach komm, wir versuchen's, komm. Vielleicht kriegen wir die Echse hin und dann ist gut. Ich hab ja auch was gehört, dass wir jetzt blocken sollen und so. Das stand ja, glaub ich auch. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, es kam von dir, Chat, dass wir jetzt blocken sollen. Ich weiß nicht, kam das von dir? Ich bin mir nicht sicher. Das klingt so nach dir. Okay, es ist erst Mittwoch. Wir gehen erstmal noch die, 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 die Dinger ab. Und dann müssen wir erstmal sehen, dass wir genügend Kohle zusammen haben. Um dahin zu fliegen, dass wir nicht, äh, vorher kämpfen müssen. Ja, bei den Kämpfen blocken und so, weißt du? Dass man da blocken muss. Kam das, kam das von dir? Ich, ich, ich weiß das nicht mehr so genau. Ich hab da nix Ahnung. Einfach, um seine Befehlskraft aufzuladen und alles. Fleisch, 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 Fleisch. Können wir alles gleich verkaufen. Achso, sie haben Herzen. Ähm, Ausrüstungsladen. Verkaufen. Kam nicht von dir? Na gut. Dann kam das auf jeden Fall. Ey, irgendjemand hat das mal geschrieben. Ich, 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 ich krieg das leider nicht mehr zusammen. Wer? Hm, tüp, 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 tüp. Haben wir sonst soweit alles vorbereitet? Ja, eigentlich schon. Na, warte, ich will nochmal ganz kurz zum Lagerhaus. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Ja, abholen. Leuchte. Das kann weg. Und das. So. Ich wollte, ich, das wollte ich nochmal ganz schnell machen. Okay, dann bleibt uns jetzt wirklich nichts anderes übel. Halt, 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 halt. Ja, ich hab das nämlich auch noch nie gemacht. Aber es stand halt in den Kommentaren, dass das hilfreich sein soll bei solchen Kämpfen. Weil wir kriegen ja schon doch ordentlich auf die Fresse von den Digimons. Aber wenn wir dann erstmal eine Echse haben, dann sollten wir es eigentlich schaffen. Weil dann sollten wir es wirklich packen. Aber wir brauchen halt nur eine Echse. Was soll man über Befehle machen können? Ich hab's, ich weiß es, ich weiß es selbst wirklich nicht. Ich hab selbst keine Ahnung, wie man blockt. Oh, jetzt kriegen wir es schon wieder so auf die Fresse. Ich, ich weiß es ganz genau, dass wir jetzt wieder so... Ach komm, wir kriegen Imperialdramon-PM und damit schlitzen wir sie alle auf. Ey, wir schlitzen sie auf, sag ich euch. Bin ich so begeistert. Na, lass das. Geh da nicht lang. Doch, geh da lang. Nein, tu's nicht. Ja, ja. Lightning. Äh. Okay, man soll hier wirklich irgendwo blocken können. Ich glaub, bei Taktik ist das. Flucht. Ja, ist fast wie blocken. Ah, warte hier. Nee. Ziel auswählen. Mit allen MP ausgeglichen. Nee. Ich weiß nicht, was das bringt, aber wir machen's mal. Wir müssen sie irgendwie am Leben halten. Wir müssen sie irgendwie am Leben halten. Lebt sie noch? Lebt sie noch? Schöne Frage erstmal gleich. Jetzt sind beide, ne? Ja. Alter, die ist schon weg. Ey, Alter, die kriegt... Die kriegt erstmal gleich instant auf die Fresse. Und ist instant weg. Geht das. Ja. Hier geht's. Oh, ich geb den gleich nochmal. Da. Schön und kalt. Ja, das war doof. Wir hätten das nicht machen sollen. Warte. So, jetzt müssten sie gleich, äh, Digitation haben, oder? Was? Blocken jetzt rechts? Was? Warte, wir haben sowieso ne Echse. Ist jetzt egal. Echse! Mayonnaise? So, aber wir machen jetzt eh ne Echse. Jetzt haben wir gewonnen. Kann man das als Paarung zwischen den beiden Digimons sehen und ich krieg wieder einen Strike bei, äh, YouTube? So, jetzt kriegen wir schön Imperialdramon Paladin-Mord. Yeah! Ja, genau darauf habe ich hingearbeitet. Jetzt hauen wir den so die Fresse breit. Der wird sich wundern. Omega-Klinge. Hihihi. Freu mich. Stirb, Mistvieh. Alter, schon fast tot. Ach, ist das schön. Du hast es gemacht, gut, ey? Hehehehe. Ach, genau deswegen wollte ich das haben, weil das einfach so übertrieben stark ist. Es ist halt einfach so verdammt stark. Ich brauche nicht mehr Blocken. Jetzt gibt's vier. Der macht nur noch zehn Schaden auf uns. Oh, wir haben's endlich geschafft. Oh Gott, wir haben's endlich geschafft. Ja! Jetzt steh auf da, Mann. Mach hinne. Komm. Mach da doch nicht so ein Hehl dros. Was ist das? Ich werde das da oben haben. Urteil. Äh, scheiße, ich hab verpennen. Nicht so lange verpennen. Also das da oben ist Urteil, ja? Das müssen wir uns mal kaufen. Nein, da kommt nicht noch mehr. Ich will gar nichts hören. Hehehehe. Wir haben zumindest den ersten Punkt schon mal geschafft. Wo wir jetzt zweimal dran gestorben sind. Und haben wir jetzt endlich geschafft. Ja, da kriegst du auf de Maul, du. Auf de Maul kriegt er. You did just like that. Ach, da schon wieder? Na Gott sei Dank sind wir jetzt eine, äh, Digitation da raus. Aber wir haben auch echt viel Leben. Was hatte der? Hunderttausend oder so? Alter, das ist auch echt ein Leben. Ja. 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 Oh, endlich. Oh, endlich. Oh, wir haben's geschafft. Oh. Jetzt geht's mir gut. Yay. Wir haben's geschafft. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Wir haben getötet. Das gibt einen Strike bei YouTube. Lass uns gehen. Wir haben den AR-Plan, egal was. Ja, kann sein, dass ich Blocken noch nicht, oh, sehr geil. Kann sein, dass ich Blocken noch nicht freigeschaltet hab, weil, ähm, ich mir noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht hat, äh, dieses Training hier. Ich glaub, das kriegen wir erst, wenn wir hier 10 mal, warte, Fähigkeit erwerben. Ich glaub, erst hier bei Kommandeur oder so, ne? Hier, da, glaub ich, haben wir das, ne? Dass das hier verteidigen. Das hab ich halt noch nicht gelernt. Ich will jetzt auch als nächstes erstmal auf das hier gehen. Erhöht Bit- und Droprate. Das kostet zwar alles ein bisschen, aber... Dann haben wir das. Und der Rest ist auch erstmal, ja, irrelevant. Oh, wir haben's geschafft. Meinst du? Nee, das traut sich YouTube gar nicht. Die wissen gar nicht, wo ich wohne, glaub ich. Oh, ein Menschenkind. Irgendwie bin ich in diese Welt erschienen. Ich bin Phönixmon. Ich vernichte das Böse mit heiliger Kraft und beschütze diese aufrechte, schöne, digitale Welt. Ausgehend von dem, was ich bisher gesehen habe, stört das Auftauchen von euch Menschen das Gleichgewicht der Welt. Mit anderen Worten, solange ihr Menschen in dieser Welt seid, werden wir sie nicht vom Bösen befreien können. Nicht alle Menschen sind böse. Kurz gesagt, du hältst dich also für gut. Das musst du mir beweisen. Kämpf mit mir. Okay.